Im Internet würde ich, also ehrlich, viel, 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 viel mehr lesen, aber ich muss ehrlich sagen, ich mag einfach nicht. Zum Glück gibt es Videos von CA Media, weil die kannst du anschauen. Jassen. Ein paar sagen, ich kann schon jassen, aber ein paar sagen, ich kann nicht jassen. Was glaubst du? Ich? Ja, ich glaube schon. Wer ist das? Walter Scheibli, der vom Radio. Weisst du, wer? Ja, wer immer viel redet, oder? Ja. Hast du auch schon Interviews gemacht mit ihm? Ja, ein paar Mal. Und? Ab und zu habe ich nichts verstanden, aber... Ja, das NHL ist sicher für jeden ein grosses Traum. Traumfrau, oder? Ja, Pamela Anderson. Auch ein Plakat für ihr zu Hause? Hä? Das Plakat für ihr zu Hause? Nein, aber da war ich ein Junge. Da war ich immer... Das war meine fast die Lieblingsfrau. In Pamela Anderson. Baywatch, oder? Das heisst ja. Ja. Nur geschaut. Oh. Das sind schöne Ferien. Das wäre so... Punta Cana, oder? Auch schon gewesen? Nein. In Teneriffen war ich. Das war mein erstes Mal, wo ich irgendwo so... ... fahre. Also, Golfen. Golfen kann ich nicht. Aber ich bin immer dabei. Was machst du in dieser Zeit? Was auch beim Golfen. Ich spiele schon dabei. Einfach... Ich tue das. Ich bin wirklich gut. Aber eigentlich... Ich habe keine Ahnung. Ich bin wirklich gut. Ja, etwas... Etwas zum Geilen. Am Morgen bin ich runtergekommen. Nachher habe ich gesehen, dass es etwas lustiges war. Und dann habe ich gehört, wie ist das alles passiert. Wir haben mit dem ZSC gewinnen. Gewinnen Sie mit uns. CA-Media. Ihr Partner für Web-TV, Image-Videos und Event-Reportagen. www.camedia.ch